so hallo wir machen weiter bei tears of the kingdom wir sind beim dritten schrein angekommen wer mich noch nicht kennt dieses let's play ist so gut wie ungeschnitten das heißt es kann mal spannend das sein und mal weniger spannend ich werde nicht schneiden ich werde nichts editieren es ist so wie ich es erlebe zum anschauen so rein da ok was bekommen wir diesmal da bist du also strecke deinen rechten arm aus am besten was die sache noch viel komplizierter macht als ich schon nein nach möglichkeit nix mehr mit kombinieren wir haben genug kombiniert jetzt das habe ich in dem trailer gesehen okay das ist cool das ist cool da kann man wenn irgendwie wenn über einem eine decke ist dann kann man dadurch also dann kann man sich da hochziehen wie so ein teleport nach oben wenn eine decke da ist das ist voll cool okay nice ja nice das heißt ab jetzt muss ich richtig richtig aufpassen wann ich war nicht nach oben kann na genau so hier geht es halt nicht weil da geht es halt nicht da passiert nichts aber sobald über meine decke ist wo das geht wie halt hier jetzt da kann ich einfach durch dass das ist das ist insane hier da zack das ist insane dass das möglich ist das ist so witzig ok ja also ich wusste dass es diese fähigkeit gibt aber ich wusste natürlich nicht wann man sie bekommt sehr cool ok selbst wenn man nicht nach oben guckt kriegt man gezeigt wann es möglich ist da ist erstmal eine truhe nein ja raus da stein axt na dann schmeißt doch das ding weg hui es ist schon witzig es ist schon echt witzig du hast einen pfeil und bohren hat irgendwo pfeilen gepfeffert die ich einsammeln kann ne schade egal haben wir eigentlich schon alle truhen muss ich mich noch um was kümmern nein wir haben noch nicht alle truhen ok ich muss noch muss mich noch um truhen kümmern da zum beispiel ah ja schon kann ja ok das ist logisch alles wird vor allem in der oberwelt wird das so krasse effekte geben dadurch oh mein gott ich komme nicht klar wer jetzt alle tun sehr schön jetzt muss man nur noch das passend ab ab transportieren ach das ist auch interessant ist wenn es zu niedrig ist geht es nicht also wenn es zu weit weg ist es muss okay es gibt nicht mit jeder anhöhe es muss wirklich so ein bisschen ok ich muss schon nah dran sein sonst funktioniert es nicht ok gut 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 alles klar ist akzeptiert so und damit haben wir den dritten schreien die goldene frage ist jetzt waren das alle weil ich habe keinen vierten gestehen ich habe keinen vierten gesehen ja ok wenn er auftaucht waren das alle du scheinst die verloren fähigkeiten des abends drückerlangt zu haben die pforte des tempels der zeit sollte sich nun für dich auftun alles klar alles klar dann gibt es jetzt erstmal wieder essen für mich wir haben ja noch das große mit den 830 aber ich nehme erstmal die 330 so weil jetzt folgendes hier können wir jetzt hoch so da ist wieder so eine gatsche mal oh da ist das mal eine truhe chillig oh mein gott ja dann hat sich das erledigt mit dem essen perfekt perfekt essen hat sich erledigt optimal ist hier kommt krok ist ja auch am start sehr schön nice jawohl prima so ich will an sie ja wir gehen mal hier runter das ist wieder eher ja die nun so genannten Sonau-Bauteile waren die keine technologie dank dieser konvention ja okay also ich muss sagen die gespräche mit ihm sind jetzt bisher nicht so ergiebig so einmal hier hoch da ist wieder so ein ding was erzählt er mir okay erklärt mir nur kapselspender gut ich will jetzt erstmal da rüber nicht so reicht das ist die frage ja das reicht sehr gut so sehr schön hier gibt es bestimmt wieder truhe oder krok eins von beiden oder beides truhe ach gleiter um weit zu fliegen muss man okay interessant einen gleiter gibt es okay okay so aber ich wollte auf jeden fall noch darüber das ist schon wieder alles so weit weg aber das ist doof ich will da hin okay hilft nix wir müssen da hin ah das ist so ein gleiter aber wo setzt man den denn dann ran dass der funktioniert weil von selbst tut der ja gar nichts lustig wäre es jetzt warte mal kann ich den an der waffe setzen habe ich irgendwas noch was ohne waffe ist na komm wir lösen mal von dem kollegen hier lösen wir mal die 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 synchro synthese kann ich den gleiter da dran befestigen lol was aber das bringt mir nix das ist jetzt einfach so dran das ding ah hier sind drei millionen von diesen tingern okay ich weiß noch nicht wie die funktionieren aber irgendwie werden sie funktionieren ja aber das gute ist ja wir können jetzt hier frei bewegen insofern alles easy ach die sind auch auf schienen oder was ich drücke immer die falschen tasten es ist ah die würden hier runterfahren jetzt check ich das okay okay alles klar okay die würden hier runterfahren und dann fliegen gut das können wir dann machen um hier abzuhauen aber ich will ja noch nicht abhauen ganz im gegenteil wir haben noch dinge zu erledigen und dazu gehört uns mit den kollegen da drüben zu beschäftigen ich weiß jetzt nämlich wie ich da hochkomme ich hab da nämlich vorhin gesehen dass da so ein so ein vorsprung ist ich konnte nur gedanklich mit dem vorsprung nichts anfangen aber jetzt kann ich mit dem vorsprung was anfangen da nämlich zack jetzt muss ich nur aufpassen dass die mir nicht ordentlich aufs maul geben weil das werden sie tun wir versuchen es mal mit der flamenkeule mal gucken was passiert die ist gleich kaputt das hat gut funktioniert vielleicht ach guck mal die können sich die bedienen sich selber so einem quatsch das ist wenn ich die darunter stoße dann gelten die nicht als besiegt na das ist jetzt schlecht ja das ist jetzt schlecht dann muss ich halt ein bisschen nachhelfen das hat ihm nicht oh mein gott der ist immer noch nicht besiegt na ah doch ich dachte schon ich dachte der hat glück gehabt und ist nochmal auf einer plattform gelandet oder so gut das wäre frech gewesen sehr schön okay ist hier oben sonst noch irgendwas spannendes scheint nicht so ich hab halt keine Pfeile mehr das ist auch nicht so gut ah gut Bogen haben wir noch genug okay dann können wir jetzt ja theoretisch noch uns hier unten umgucken mit einer anderen Waffe allerdings hallo mein gott so nee einstecken okay ich glaube aber fast dass das der Weg wäre wenn man von der anderen Seite kommt als wenn man hier anfängt versteht ihr ich glaube dann ist das der Weg wenn man hier anfängt ich weiß jetzt nicht ob da viel zu holen wäre auf dem Weg ja ne da unten ist nämlich da unten ist nämlich dieser dieser genau da ist unsere Kochstelle gewesen und über den Weg kommt man wahrscheinlich auch hier hoch da wäre wahrscheinlich noch mal eine Truhe da ist ein Floß aber das müssen wir jetzt alles nicht hier ne komm passt schon ähm dann möchte ich jetzt hier hoch ich darf nicht äh nein das ist jetzt nicht das ist nicht das hier da wollte ich nicht das war nicht was ich wollte das war nicht was ich wollte aber schön dass wir drüber geredet haben ich starte hier ok habe ich da unten irgendwas spannendes eingesammelt eigentlich nicht ne wenn wir mal ganz ehrlich sind habe ich da eigentlich nichts spannendes eingesammelt bedeutet ich kann eigentlich auch einfach jetzt wieder hier hoch aber dafür bräuchte ich was um hoch zu können aber wahrscheinlich geht das hier dafür ich hoffe jetzt einfach mal dass da unten nicht auch noch irgendwelche Krochs auf mich gewartet hätten aber das ist zu niedrig ach komm dann können wir jetzt austesten ob ich tatsächlich über die Wurzel hochgekommen wäre und ich glaube nämlich warte mal wir probieren was anderes das hier ist jetzt aber nicht zu niedrig ich komme durch den kompletten Berg hoch nice sehr sehr cool so weil wenn dann will ich schon mit dem Gleiter hier verlassen das mit dem Gleiter sieht cool aus das will ich aus oh ich drücke mal die falsche Taste das mit dem Gleiter sieht cool aus das will ich ausprobieren so dann gucken wir mal was ein Gleiter so macht falsche Taste tschuldigung okay dann drehen wir ihn halt noch ein bisschen und los geht's vielleicht keine Ahnung ui dadurch dass ich jetzt praktisch den hier mache kann ich so ein bisschen steuern wo der hinfliegt okay das ist schon sehr cool das ist schon übertrieben cool nice so was ist da oben wo bin ich jetzt gelandet halt drei Millionen Sachen zu mitnehmen alter es ist so riesig den haben wir den Kropp okay da waren wir ach das ist ja okay ich weiß dann wo das ist ja 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 ich werde jetzt nicht die komplette Insel Stück für Stück alles einzeln abseiten guckt euch das an hier waren wir auch schon wir haben das alles schon gesehen theoretisch also so ein bisschen zumindest ja doch das ist das wo man hier rüber fährt dann ist hier die Höhle ja 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 nur diese sind diesen Teil haben wir glaube ich nicht gesehen aber das muss jetzt auch nicht sein ich könnte mir vorstellen dass es irgendwann noch eine Möglichkeit gibt sich da ein bisschen besser zu bewegen hin und her da ist das meine Truhe sehr gut die nehme ich gerne mit oh enorm energiehaltige Sonnenergiesphäre sie kann an einem Kapselspender verwendet werden oder kurzzeitig den Batterieverbrauch stoppen okay das scheint ein cooles Ding zu sein würde ich wahrscheinlich eher einem Kapselspender verwenden als den Effekt zu nutzen weil vielleicht gibt die ja was cool so eine besonders coole Kapsel mein Problem ist jetzt allerdings gerade wie komme ich eigentlich hier wieder runter ich habe keinen also ich kann mich zwar hoch bewegen aber um runter zu kommen brauche ich Wasser Schwierig da ist Wasser ja sehr schön sehr schön okay damit sind wir wieder am Anfangspunkt angekommen damit sind wir wieder am Anfangspunkt angekommen mit ganz vielen neuen Fähigkeiten mit ganz viel was wir gelernt haben es ist unglaublich und damit können wir jetzt natürlich ohne Probleme hierhin kommen an diese Truhe beziehungsweise jetzt wird mich mal was interessieren kann ich die auch einfach also Truhen einfach so greifen geht leider nicht so weit sind wir noch nicht okay dann bauen wir uns ganz schnell irgendwas womit wir da rüber kommen soo soo das tut es doch das tut es doch sehr schön ha okay da wäre ein Gleiter drin gewesen damit hätte ich wenn ich damals den Weg gefunden hätte hier hoch zu kommen na so vor einigen Parts äh Link Link danke so vor einigen Parts hätte ich überhaupt nicht gewusst was ich damit anfangen soll aber gut so jetzt können wir uns natürlich jetzt haben wir das Problem nicht mehr dass wir hier ähm dass wir hier gleich gleich erfrieren kurz den unteren Weg nochmal angucken ob wir vielleicht zumindest einen Krog oder eine Truhe noch schnell finden wie man hier hochgekommen wäre also hier die Alternativroute nach oben weil das wäre sicherlich auch eine Möglichkeit gewesen da hoch zu kommen bin ich mir ziemlich sicher dass das geht so so ab hier wäre es kalt geworden aber Essen hätten wir ja gehabt die Frage ist halt gibt es hier irgendwo versteckte Truhen Krogs hätte ich hier was verpasst das ist meine Frage aber das könnte ich mir halt gut vorstellen dass man hier Sachen verpasst wenn man nicht ähm ja die hätten mir Ventilatoren erklärt und wie man da rüberfährt das ist alles easy kein Thema brauchen wir jetzt nicht quatschen mit denen hier wäre jetzt auch nichts spannendes drin gewesen Pfeile sind wichtig und richtig Pfeile sind wichtig und richtig hier wäre auch nichts weiter gewesen da komm ich nicht hoch oha warum sind das so viele was ist da oben los komm ich da hin komm ich da irgendwie hin ne ok keine Chance ok oh na oh Pfeile sehr wichtig ganz viele Pfeile sehr sehr gut sehr sehr gut da wäre eine Holzplacke Pfeile wisst ihr schon? ok dann fahren wir doch mal rüber dann fahren wir doch mal gerade rüber ja gut die setzen das da drauf ich habe das halt immer an das Holz rangesetzt es funktioniert alles tut alles was es soll oh das reicht nicht Dankeschön dann gucken wir hier nochmal kurz ob hier noch was spannendes gewesen wäre aber auch hier wieder außer ja ich meine die Pfeile die oh die Pfeile oh die Pfeile holy moly die Pfeile sind gerade mehr als wichtig davon hatten wir viel zu wenige sehr gut dann hätte man hier lang gehen können ok Krokrätsel gut dass wir hergekommen sind ok jetzt auch ohne Zeitdruck weil Eis sehr schön cool 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 ok ok ja gut dass wir hergekommen sind wie gesagt das hätte ich jetzt verpasst insofern wichtig und richtig das nochmal abzulaufen habe ich schon meine Bestätigung bekommen perfekt so und hier kommen wir dann aber da raus wo ich von gestorben bin als ich von dem Wasserfall runtergeschmissen wurde da kämen wir genau dort raus also ich glaube fast nicht dass jetzt hier auch nochmal irgendwas krasses ist was ich verpasst hätte aber wir gehen nochmal kurz hoch ja wobei da drüben ja da drüben war ich jetzt ja noch nicht da muss man jetzt mal hinkommen dafür muss man hier hinten rum gehen und wenn ich jetzt hier hoch laufe dann bin ich da wo ich gestorben bin hier habe ich versucht hochzukommen hat nicht funktioniert und dann bin ich gestorben genau da drüben ist der Typ da war jetzt aber auch nichts spannendes mehr das war einfach nur das war einfach nur so Zeug ok dann können wir jetzt auf der anderen Seite runter hier nämlich genau und dann stellen wir aber auch fest ah dass hier nochmal so eine Hütte ist mit einer Kochplatte und vielleicht doch doch ein paar Pfeile sind sehr wichtig sehr schön aber das war es dann auch ja dann haben wir auch die Runde gesehen nochmal ein paar Chilis gut dann kann ich denke ich da drüben runter segeln so ein bisschen auch vorsichtig ich wollte gerade sagen ja weil da ist Wasser aber ins Wasser kann ich ja nicht stürzen oh da ist aber nochmal ein Gegner oh das oh da ist nochmal ein bisschen Action komm ich da irgendwie heil runter komm ich da irgendwie heil runter komm ich da irgendwie heil runter also wenn dann hier ja ok wenn dann hier genau hier ja 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 perfekt ok dann gehen wir nochmal zu den Gegnern räumen wir die noch weg so schön vorsichtig da drüben ist nix spannendes glaube ich hoffe ich ok 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 seid normale Gegner das dürfte dann nicht das Problem sein ok so ok Vorsicht der schlägt auch gleich wow so So nämlich. Und das gibt nochmal eine Truhe. Mit. Holzpfeil. Schön. Okay. Ja, dann sollte das jetzt doch wirklich reichen hier. Dann sollte das doch jetzt wirklich reichen. Okay. Ich denke, wir haben uns genug hier umgeguckt. Den Krog zu finden war wichtig. Die Truhen waren optional. Aber allein für den Krog war es das wert. Und wir haben es nochmal ein bisschen eingedeckt mit Pfeilen. Auch das ist wichtig. So werde ich so schnell jetzt erstmal keine Pfeilsorgen mehr haben, die ich vorher hatte. Aber das kann man schon. Kann man schon anbieten. Okay, prima. Dann muss ich meine Aufnahmesession hier auch beenden. Die war jetzt lang genug. Und nächstes Mal gibt es dann auch für mich den spannenden Abschnitt Tempel der Zeit. Vorher machen wir noch einen kleinen Ausflug. Einen Ausflug machen wir noch schnell. Stopp, stopp, stopp. Wir gehen noch nicht zum Tempel der Zeit. Eine Sache gucke ich mir noch an. Das ist zu niedrig, ne? Ich bin jetzt zu weit unten. Das wird nicht funktionieren. Das ist nicht so gedacht. Schade. Schade Schokolade. Wie kommt man dann da hoch? Von da drüben hierher gleich? Oh, das könnte sein. Wenn wir irgendwann die Fähigkeit bekommen, und die werden wir sicherlich bekommen, uns zu schreien und zu porten, dann werde ich da nochmal versuchen, da hochzukommen. Aber das, äh, ja. Ne? Kann ich das irgendwie auf der Karte markieren? Nein. Nein. Nein, mein Gott. So, nach dem Motto, ich will da hingucken. Kann ich hier hoch? Oh. Ne, darf ich auch nicht. Darf ich hier hoch? Ja. Okay. Ja. Dann werden wir uns das nächste Mal hiermit genauer beschäftigen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.